Für den nächsten Mal ist es perfekt. So, hallo, jetzt hier kommt es zur neunten Folge, oder zehnten, wenn man das Event mitzählt. Glaube ich aber nicht. Jetzt wird es eine neunte Folge, Minecraft Sky. Diesmal wieder alleine, nachdem ich jetzt die letzten fünf Folgen abgelaufen habe. Und das Event ein bisschen chaotisch war. Jetzt grads. Also für euch ist es jetzt knapp zwei, drei Tage seit der letzte Folge. Bin mir grad sicher. Und für mich ist es halt jetzt schon knapp drei Tage her, als ich das letzte Mal auf dem Server war. Und, ja. Ich weiß nicht, was mein Ziel ist. Ich wollte eigentlich was mit dem Chocobus machen, aber das haben die anderen, also Keks und Dämon schon gemacht. Also damit schon ein Goldenes. Weshalb, also würde es nichts bringen, wenns ich wach. Ich hätte mir gedacht, dass ich jetzt mal ein bisschen Farben gehe. Ein bisschen... Mann, wie beklebt. Ähm. Ähm. Dass ich jetzt ein bisschen Farben gehe. Und... Mir dann... Ach so Scheiße. Äh, wo sind denn die Abzeuge? Ähm. Na gut. Ich werde jetzt ein bisschen Farben gehen. Wäre jetzt natürlich alles in der Folge drin lassen. Wie krass, wenn man sich so einen Hammer hat. Und dann mach ich mir einfach... Äh, zwei Stein-Hämmer. Und mach mir ein bisschen... Ein bisschen Glas. Wollen wir Holz? Wollen wir wirklich Holz? Wollen wir es... Oh da. Also es kann sein, dass ich manchmal luten muss. Ähm, weil ich... Äh, zur Zeit... Ähm, ein bisschen krank bin. Er muss sich halt manchmal auch husten, weil ich hab's schon wieder so lange nicht aufgenommen es wirkt sich schon wieder so krass aus, muss denn es sein, oh lol ich bin noch im Game-Mode, ach bin ich dicht, ja warte mal, verdammt ich hab mir eh nichts geholt Game-Mode Null, so jetzt geht's aber weiter los, ich brauch ein bisschen Glas, weil mein großer Plan, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hab, verdammt, mein großer Plan ist auf der Insel, die Dämon und ich ja, oder eigentlich Groß-Dämon, besiedelt haben, dass ich mir darauf ein kleines Gewächshaus baue, und mich da halt mit Aktenkraft beschäftige, das wär halt so mein Plan, ich hoffe, dass die jetzt noch nichts auf der Insel gemacht haben, weil eigentlich wär mein großes Ziel gewesen, die Chocobus zu machen, aber ja, gehört's artifiziert Es war 30 Sekunden, warum ich die Mod in dem Projekt haben wollte Ja, ich hoffe, dass es für Apfel uns okay ist, wenn ich da einfach einen Stein klaue und dann raus, und dann, und aus dem Stein gravel und danach Sand mache, und es sollte okay sein, Ich hoffe, dass es nicht alles so passiert Ich hoffe, dass es nicht alles so passiert Ja, nicht, nicht alles so passiert Ich hoffe, dass wir die Leute überhaupt nicht haben Ich hoffe, dass die Leute mich begrüßt haben Ich hoffe, dass sie mich begrüßt haben Richtig soziale Dudes hier Äh, ja, ja, ups Es geht eigentlich nicht viel zum reden die Leute sich krank finden, dass meine Pläne sind Aber, ja gut. Ich habe es bisher wirklich für mich geschafft einen Kekse aufzunehmen. Das war eigentlich auch noch mal ein Plan. Vielleicht nächste Folge. Oder in einer der nächsten Folgen. Und bevor ich daraus jetzt Glas mache, gehe ich mal ganz kurz zu uns rüber um zu gucken was darauf passiert ist. Und ich hoffe nichts. Oh, da ist er mir tot. Ich weiß nicht, die Wien sind so eine coole Plague, ne? Die Wien sind so eine Gruppe von Slushie und Stalker, glaube ich. Ich glaube sie heißen Team Eis. Keine Ahnung. Können wir ganz kurz gucken. Ja Team Eis. Team Lizard. Ich finde Team Eis cooler. Da müssen wir halt immer durchlaufen um zu unseren zu kommen. Ist ein bisschen dumm. Okay. Aber es ist halt so. Und dann über diesen überhaupt nicht gesicherten Weg. Rüber. Falls es euch aufgefallen ist, ich habe kein Level mehr. Das hängt aber auch mit einem Event zusammen. Dass wir gestorben sind und Slushie dann auch noch mal alle gekillt haben und alles. Lol was ist das? Äh. Noll. What the fuck? Aber hier hat scheinbar jemand Erde abgefarmt. Ja, richtig. Richtig nice a boy. Also wenn es nicht Apfel oder Kekse waren, dann ist es ein richtiger Hurensoom-Move. Auf die Tasten. Also sowas finde ich halt schon richtig scheiße. Äh. Äh. Ich will nicht wissen was ich daraus brauchen kann. Ja und wie es brauchen kann. Ne gut kompostieren. Weiß ich nicht wie es funktioniert. Bin ich zu dumm nur. Ja gut. Ich muss mich halt gucken, ob wir ein bisschen was in der Kiste haben. So heißt es. Und ja. Und ja. Ja ganz gut. Hier ist schon 8 Minuten hab ich noch. Und ich bin schon gleich wie vorher gleich. Kann ich das mit dem Hammer auch abbauen? Das kommt wieder raus. Oh Gott. Oh Gott. Nicht tolls. Wer jetzt erwartet es. So wenn ich jetzt von... Oh. Wenn ich jetzt von dem Skelett angeschossen habe, bin ich echt geserrt. Ach man, was ist passiert? War... Alter, kann ich mir bitte nicht sagen, warum ich so dumm bin. Das passiert schon immer, wenn ich auf T drücken will, dass ich auf Z drücke. Ja. Ja gut. Das mach ich jetzt. Oh Gott. So. Ich darf sie nicht angreifen. Wenn sie mich sonst ins den Rute schlage. Das wäre verdammt dumm. Ja so wie es dumm war, dass ich ohne Essen hier rumlaufe. Ich hasse sie. Die müssen wir irgendwann mal verbessern. Boah. Endlich bin ich drüben. Ich bin Slaschi. Mit Sicherheit. Das kommt mir glaube ich nur so auch vor, aber ich... Ich weiß nicht, ob meine Spinne schneller ist. Äh, Spinne. Äh, als für der Maus. Aber ich tendiere mal dazu, dass es nicht zu ist. Und ja, irgendwie läuft hier drüben rum. Äh, es müsste... äh... Wer weiß es? Er hat auf jeden Fall ein Warp drunter. Ich hoffe, dass er jetzt zu mir kommt. Und sonst... Darauf habe ich mir gar keinen Weg. Dann kann ich mich mal ganz kurz rüber zurück... Moven. Ähm, Moven. Warp natürlich. Und zwar... Äh, um... Um... Um jetzt mal zu gucken, wie ich diese... Äh, in diese Barrels... Ähm... Man, vergebt mir. Ich bin einfach behindert. Ähm, wie ich aus diesen Barrels... Barrels... Ich weiß, es gibt irgendwie... Äh, wie ich da... Kompost draus mache. Jetzt habe ich's! Also, ich stelle ihn mal ganz kurz in... Apfelzaug... äh, in Demons Haus rein. Weil nur mit... Deringlich mit Regen gefüllt wird. Wie... Wie geht das? Es ist überhaupt kein... Hier? Ist das hier irgendwo? Auch wenn nicht, es ist mir zu geil. Ähm... Nein, ich will so... Wie weiß ich nichts draus machen. Wie? Kompost? Kann man das irgendwie... Irgendwie falsch drüber? Komm... Nein, kann man nicht? Das müssen wir mit einem Barrel machen, ja? Wo die Barrel? Halt das? Also, ist das das? Wut ein Water Tank! Oh lol, wie machen wir hier einen Barrel? Ja, äh... Was ist das? Oh lol, wir haben immer das Falsche gemacht! Leute! Kein Wunder, dass wir so dumm sind! Ich hau's jetzt einfach da rein und... Ja, keine Ahnung, was ich damit mache. So. Oh lol! Ich stelle jetzt jetzt einfach kurz hier hin, ne? Okay, muss ich erst mal trocknen, ne? Oh lol! So, mal gucken. Es ist gleich fertig. Kann ich mir da einen Bird rausholen? Äh, was wollen wir denn verbrauchen? Äh, dürftige Kartoffeln, ne? Daraus können wir hier nichts machen, ne? Nein! Und auch, es wäre irgendwie egal, wie ich hier mein Steak, Kartoffeln entwende. Das wird doch jemandem jucken, ne? Okay, scheinbar sind die noch nicht fertig. Oh, ich hab Hunger! Lol! Nein! Oder... Ne, ist da trockenfleisch? Okay. Ich will mich einfach mal kurz mit Käse voll schnopfen. Käse, beste Leben! Ja... Da haben wir's... Da haben... Das da rein... Das da... Das... Und was... Ich weiß nicht, wie viel ich brauche... Ich denke, wie schon wird der Raum... Äh, das ist so 5 oder 6 sein... Äh... 5 oder 6... Wir haben schon ein bisschen mehr sein müssen. Also, das macht hier Kids. Auch wenn man ihn da aufnimmt. Ich verstehe sowieso nicht zum Botania. Und... Wie kommen überhaupt diese Dreckshase her? Kann ich nicht bitte sterben? Also, es ist ein Haus, die von Abpflege... Das hat uns mir vorhin auch gefallen. Und... Und... Dann krieg ich noch einmal kurz... Äh... Dann mach ich noch einmal kurz voll mit Kartoffeln. Und wenn es sich ausgeht... Ja... Geht sich locker aus. Dann könnte ich was anderes sagen. Es geht sich aus. Warum haben wir eigentlich nur noch eine Kuh? Das... Macht mir... Das stimmt mich ein bisschen traurig. Ich will aber nichts machen, ne? Aber dann mach ich noch irgendwas kaputt. Ach... Nein, du wirst doch was. Äh... Es wird doch niemand mehr... Interessieren, wenn noch mal ein halber Steak Kartoffeln fliehen. So... Da rein... Ich hoffe direkt raus. Nein? Okay... Ich will dann doch noch mal... Ein kurz... Ja... 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 Jesus... Näht mich an den... Oh, zweiten Bereich. Wir haben's ja! Ähm... Dann ist die Folge auch gleich schon wieder vorbei, ne? Und... Ja... Ich weiß nicht, wenn ich die nächste Folge dann instant wieder aufnehmen werde. Oder warten werde, dass Dämon oder Kickstarter sind. Und... Oh Gott, ich will nichts sagen. Ich will nichts dazu machen. Dann muss ich mich noch ein bisschen mit... Äh... Altenklar beschäftigen. Kann ich eigentlich schon mal mitnehmen. Ich werde eh mir. Das habe ich von Kraftes. Die Barrels kennst du... Alter... Die... Doch... Die Barrels kennst du ab... 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 Farmen... Ach... Finde ich dumm. So... Ähm... Wie pack ich den denn rein? Hm... Ähm... Da rein? Ja... Und... Für die nächsten 40 Sekunden habe ich noch ein bisschen Spaß mit dem Boomerang. Das ist halt einfach so ein richtig geiles Feature. Da kann ich nicht mehr Schaden machen und so. Es ist einfach nur darum Spaß zu haben. Oh lol... Doch, ich kann Schaden machen! Oh... Töte... 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 Das ist ein Dreckshausen. Nein! Er ist entfällt! Alter... Jetzt will ich es noch nehmen. Und... 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 Töte... Tschö!